Hier haben wir eine Kategorie E, Balkonkabine mit Verbärmungstür haben wir hier, ganz normale Balkonkabine, kann man dann hier rüber, sind aber ganz normal wie die normalen Balkonkabinen, das ist genau das gleiche. Und dann kann man hier rüber gehen und ist gleich in der zweiten Kabine. Das ist auch recht schön, wenn man dann mal zu fett fliegt und ein bisschen, dann kann man sich die... So, dann haben wir hier die 80009 Schuhkabine und die 8011.